Einen wunderschönen guten Tag, herzlich Willkommen bei der TAZ. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Da finde ich das eine elitäre Frage mit der Geduld und vielleicht haben Sie mir da als ältere Männer was voraus, aber ich bin da nicht geduldig. Ich glaube nur, dass Musse alleine uns nicht weiterhelfen wird. Ich glaube, Musse als Hebel zur Veränderung reicht noch nicht aus. Also haben wir doch sehr viel zu thematisieren, sehr viel zu sagen und sehr viel vielleicht mitzuteilen, welche Gesellschaft wir eigentlich wollen. Das muss man doch jetzt mal tun. Und das ist aus meiner Sicht überhaupt die Lösung für die Zukunft. Mehr Pluralismus wagen. Also ich würde dafür plädieren, dass man in der Wortwahl auch klar ist. Ich sage Ihnen nur, dass Sie das alle wissen, dieses Buch enthält auch viele andere sehr tolle Seiten. Letzte Frage, schnelle Frage. Alle aufgeregt und sehr guter Stimmung. Das ist ja jetzt eigentlich auch ein sehr schönes Schlusswort gewesen. Und Ende Gelände. Man sieht es, jeder will ja auch oft, weil es das war. DIN Ja, aber! Bis zum nächsten Mal.